Mauro Molino ist ein Winzer, der nicht viel aufheben um sich selbst macht. Vielleicht ist er deshalb noch ein Geheimtipp aus dem Pimont, denn deine Weine sind großartig und überdies noch preisgünstig. Im Preissegment bis 30 Euro findet man selten so einen gelungenen Barolo wie diesen hier. Saftig, mit dichtem Tanninmantel und erdigen Akzenten. Dazu eine intensive Aromatik. Einfach perfekt zum Rindergericht.